Ein Mercedes-Benz A180 ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem silbernen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 10.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Ende 2014. Die Limousine besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Navigationssystem, Einparkhilfe, Bluetooth, Start-Stop-Automatik und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 122 PS an ein Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,5 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF, 2020